Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor Mittelalter und wir kommen zur vierten Brücke. Dieses Mal baue eine Brücke, um Steine zur Brücke zu liefern. Gebt nicht mehr als 20.000 aus. Ach, immer dieser schnöde Mammon, auf der so geachtet werden muss. Kombiniert nun euer Wissen und baut wieder alleine eine Brücke. Okay, also wir brauchen zuerst mal natürlich unsere Fahrbahn. Die bauen wir jetzt als erstes. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Wir haben 3.300 ausgegeben. Wenn wir Steine transportieren wollen, dann müssen wir das Ganze hier abstützen. Irgendwie. Und Steine sind natürlich besonders schwer, deswegen nehme ich hier eine kleine Steinmauer. Jetzt müssen wir uns noch für die Seite was überlegen. Und da würde ich sagen, machen wir das Ganze über eine Seilkonstruktion. Das heißt, ich gehe hier nach oben, nehme mir Seile. Und spannen einmal hier. Und einmal zur Gegenseite. Und wir haben erst 16.600. Das heißt, wir können noch ein bisschen was ausgeben. Jetzt haben wir 19.000. Und es sollte eigentlich lang. Schauen wir nach. Also, Wurz geht auf. Und den Sturz nicht ab, Sturz nicht ab. Geht, reicht. Also, passt. Perfekt. Hat geklappt. Und somit bekommen wir auch Steine zu unseren Bürgern. Und diese weiter wissen. Gut, das war Runde 4 hier im Mittelalter bei Bridge Constructor. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Dann wird wahrscheinlich irgendwas mit Holz kommen. Ich bin gespannt. Bis dann. Bis dann. Und wir sehen uns.